Ach, den kann ich auch so besiegen. So. Zack, zack. Assassinen. Assassinenkapuze. Äh. Äh. Schauberbuch, der Wohltat. Eine alte Vorratskiste. Nichts spannendes drinnen. Komm, kümmer du dich mal um den Typen. Da. Ich guck, ob ich hier noch was Schickes finde. Oh. Ja. Ich hab hier noch was Schickes gefunden. Wir können weiter. Oh. 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 Wir wieder einen, der da war. Ja, komm. Jetzt möchte ich aber ab dahin, wo ihr mich braucht. Aber vorher nehmen wir jetzt das... Wieso habe ich jetzt... Naja. Wieso habe ich jetzt nur noch ein Gesellenbuch der Handweißskunst bekommen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja. Ah, genau. Hier war ich ja schon mal. Genau. Hier gab es irgendwo ein paar dumme Wölfe, die auf mich gewartet haben. Und die mich... ...fertig gemacht haben. Oder sowas. Okay. Das war's. Habe ich jetzt zwei Eiterkäfer anledigt? Oder war das nur einer? Da steht ein Reh. Okay, okay. Genau, hier war ich schon mal. Es wurde aber nicht gespeichert. Oh. Das ist der arme Braunbär kaputt gegangen. Ich würde sagen, das ist dieses Krematorium. Wo wir hin müssen. Dann gehen wir doch mal rein. Uah! Was habe ich denn jetzt gemacht? Äh, ah. Na? Kommen noch welche? Feine Wildmagierrobe. Edele Wildmagierrobe. Also ich finde, die könnten ja auch neben... ...weil mal irgendwas anderes... ...fallen lassen. Also ich finde, wir haben gleich das gleiche Zeug. Zauberbuch. Feuerball. Wasser. Habe ich noch ne... ...ne Rolle? Die... ...ne Geselle und Lehrling habe ich noch. Schade. Okay, okay. Aber ein großes... ...Käsestück und Zwiebeln und Wurst. Ein Eterner-Schreitkolben. Wegestreue Handschuhl. Oh. Das ist vielleicht nicht so klug gewesen, so viel mitzunehmen. Äh, ein Eterner-Schlacht-Ax. Wegestreues Schwert. Ja, müsste ich eigentlich das Ding wegwerfen. So, Eterner-H. ...Klauen des Aschenkriegers. Okay. Boah, schwere Rüstung. Schwere Rüstung kann ich ja gar nicht leiden. Exklusiv. Na, hier gibt es doch was Schickes, die man sich... ...die man sich... ...dass man sich nehmen kann. Wart mal. Sind wir hier falsch reingegangen? Ja, tatsächlich. Egal, wir gehen jetzt hier runter. Wenn ich schon mal hier bin... ...why... ...not... ... ...frost, salz, äh... Ah So Wenn ich mal in die Tische ist kaputt gegangen Blühstaub Uh Frost Elementar rufen Yo Schlamm Elementar Flammen bis 5 Imps Absorption Untote vertreiben Ähm ja Ich würde sagen Na wo sind meine Bücher Da Frost Elementar rufen Schlamm Elementar rufen Flammen bis Untote vertreiben Ähm ja Wo bist du mein lieber Frost Elementar Zu Flammen Bis 36 Schaden 61 Punkte Feuerblitz 38 Schaden Ich würde sagen Du kommst mit Was haben wir denn noch Du gehst weg Du kommst mit Du gehst auch weg Du gehst auch weg Hm Mhm Voltat Nö 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 Gut 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 Würde ich sagen Gucken wir mal Was finde ich Im Frost Element Ihr seid den Arsch Secure AI Dietrich Wiederbeleben Rang 3 Nach Talrad Gut gut Sind wir jetzt einmal Durchgegangen Ich dachte schon Das wäre jemand Böses Was Wo müssen wir denn Jetzt hin Ach nach Da ganz unten Gut gut Wie kommen wir Na nein Äh ja Ich würde sagen Wir müssen da Außen rum Latschen Gut gut Ja Was ist das für Lampen hier Was sind das hier Für Lampen Das gefällt mir nicht Hallo Oh shit Oh shit Hm Warum heißt das Ding Wohl Da steht Da ne Wächter Wo ist meine ganze Meditation hin Oh shit Oh shit Oh shit Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ich sollte hier weg? Wer ist denn da jetzt noch gewesen? Ja, na super.